Hallo, Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gornhub. Wir schauen uns jetzt einfach nur den Besen an. In der Version 1.0, das Ganze kommt vom Modder MAC oder MAC in dem Falle, von FSSA Modding. Gibt es neben PC und MAC auch für Playstation 4, Xbox One, findet ihr einmal eine Kategorie, Werkzeuge und dann diverses. Hier unten seht ihr ihn, Lizard Cleaning Besen, ne, für 5 Euro in der Anschaffung. Und ja, am Ende des Tages ist es das auch gewesen. Schauen wir uns das ganze gute Stück in dem Falle mal hier an. Ihr seht, ein Besen. Ein schöner, alter, robuster, gut, robust vielleicht nicht, aber ein schöner, alter Holzbesen mit Holzstiel und da unten, ne, zum Wegmachen. Und was macht dieser Besen in dem Falle? Er macht sauber, soweit so klar. Gibt es ja schon ein paar MLS, ähm, das ist halt ein weiterer. Wir schlägen einfach mal hier ein bisschen, boah, einfach mal ein bisschen, was können wir ja mal machen, Bildsonnenblumen wegschütten, ne, alles was man nicht mehr so braucht. Ja, guck mal, hier hat er mit dem Bild mit Kalk rumgeschmiert, ne, und dann nehmen wir mal hier noch ein bisschen Schweinefutter, ne, weil die Saunen wird doch so warm, wie sie sind. Ja, und das kann der Besen in dem Falle wegmachen. Ihr könnt den Stink noch mal anpacken, über, also über die Hand tragen. Ihr könnt das Ganze auf eine Ladefläche legen, mit Spannkorten festmachen, etc., pp., das ist alles kein Problem. Dann halt hier über die Maustaste halt das Ganze so steuern. Ihr seht, es kann, je nachdem, wie ihr es gerade mal macht, ein bisschen fummelig sein, denn der ist relativ starr, logischerweise von der Physik her, weil er sich immer aufrecht hinstellen will. Ne, das ist so sein Haupttribut, dass er halt gerade steht, deswegen pendelt er sich dann gerne mal auch hin und her, hin und her, hin und her, bis wir es haben. Aber ihr seht, wenn wir dann einmal hier drüber gehen, ne, geht das Ganze auch weg. Wir haben allerdings keinen Ton, ne, wir haben halt nur, dass das Ganze weggeht, also es wird gelöscht, ne, es wird auch nirgendwo eingelagert oder sonst was. Sondern ihr geht halt drüber, zack, und dann wird der ganze Spaß, was am Boden liegt, gelöscht. Ist eine relativ schnelle Sache, wenn ihr jetzt, äh, Stelle sauber machen wollt, oder, 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 ne, da habt ihr dann die Qual der Wahl, dafür ist der Besen da. Er macht nicht mehr, er macht bekanntermaßen, aber auch nicht weniger. Sauen wäre zwar nicht schlecht gewesen, aber, okay, ne, wer sich gesagt hat, naja, die Besen bis jetzt, die waren mal alle zu bunt oder zu modern, der hat jetzt hier so einen alten rustikalen Besen. Spiegelt sich auch im Log wieder, ist sauber, könnt ihr euch in dem Falle bedenkenlos mit downloaden. Nun, Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer in der Videobeschreibung mit verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen Abo da, wenn es euch gefallen hat, und bis dann auch der Renne, Tschüssi, Kurski.